hey und willkommen zurück bei minicraft braver ich bin endlich aus meinem kein internet loch gekrochen und wir joinen jetzt auf dem server das war halt so ansprechend ich bin auch dabei nein der ist nicht dabei ich hab den verscheuert da ist direkt ein enderman das den gleich holen weil wir nehmen jetzt in wir nehmen jetzt wir haben den plan und dieser plan geht über mehrere folgen und der ist für uns am gleichen tag ja bitte ich lasst mir wie viele was ja ich glaube zwei wenn ich mir nicht irre eine ich habe zwei du hast noch gold und äpfel glaube ich ja vier gold 34 34 34 gold 34 gold und können wir sogar noch ein paar heiltränke machen theoretisch ja ja ich habe noch zwei gold ingots das bedeutet ich kann rein theoretisch ich laufe zum sporn und zwei heiltränke ich hoffe darauf eventuell noch ein paar endermans zu finden weil ich habe gesehen dass unsere gegner in der nächsten der nächsten paar feuer eventuell auch ein paar in der perlen haben das ist gestorben vielleicht noch niemals eine kiste gelootet dann wäre das lustig jetzt die looten die fäuste gegen brava lebt noch ich gucke in jede kiste mal wieder die immer rein ja kann ja sein dass die auch nahe mein schwert ist kaputt jetzt kommt die axt jung ich weil er mich jetzt mit der axt durch ich glaube da läuft gerade ein creeper nicht erlaubt mich auf dich zu doch der lief sogar auf dich zu angriffen unsere zucker auf haben steht noch kurzen leute meine folgen gucken meine zucker auf haben steht noch aus gucken so wenig unsere folgen das kann wo ist denn mein halt doch das ist sogar meinen brechen schwert ich hätte ganz gerne mindestens mal sharp 4 schwert oder ein sharp 5 weißen schwert wir auch ganz lecker aber dafür habe ich nicht genug level wir können ein theoretisch noch in den nether gehen aber ich weiß nicht ob wir da noch genug level rausbekommen nah nicht so schnell glaube ich muss ja du gib mal den gold bieten ich habe die schon zu gold ingots gemacht da eigentlich wollte ich gebe dir gleich mal ich habe dir hingeworfen ich habe dir hingeworfen ja so sagt es bitte danke kein problem ich konnte das geld gerade nicht schlagen alter auch mit dann ich weiß jetzt nicht ob es effizienter ist monster zu verprügeln oder ob es effizienter ist einfach in den nether zu laufen oder eventuell einfach redstone fahren zu gehen nein fahren wird sich durchgarten wir dürfen noch heilung 1 machen oder jetzt ist die frage verzauber ich beziehungsweise baue ich zusammen auf level 30 was aber wahrscheinlich nicht mal was wahrscheinlich zu lange dauert oder baue ich einfach zusammen auf level 20 und hab dann sharpness 4 weil wenn ich zusammen würde auf level 30 dann hätte ich immer noch damit könnte ich rein theoretisch immer noch sharpness 5 bauen wird dafür wahrscheinlich aber wieder 30 level oder so brauchen ich hab die 20 levels werden ich habe übrigens noch eine ender vergewaltigung maßen vergewaltigung also ich vergewaltige eine masse nicht wahr ja gut dann hat sich das mit den heilträgen wahrscheinlich erledigt heilträgen kannst du mal erledigt ich habe mich für das ja vielleicht kriegen wir irgendwann das erwartet oder irgendwann freut sich über zwei minuten über zwei goldenen ja ist genau sein vielleicht wir könnten auch gucken ob eventuell unsere rüstung verbessern könnten weil meine schuhe die gehen bald kaputt ja mein helm ist auch kaputt deswegen wir sollten den eventuell für den kampf dann auch noch mal reparieren ich glaube es hätte sich echt lohnen wenn wir noch mal in den nether runter gehen lassen wir gehen lebt unsere küste noch ja so die truhe die öffnen nicht mehr aber aber und die weggeworfenen items leben noch das kann ich in die kiste tun oder ich werfe jetzt einfach mal was weg so die strings wollen ich ich habe sogar eine portion of healing so lapis brauche ich eigentlich auch nicht mehr weil ich habe mein zeug was verzaubert wird gunpowder der und ich die einen engel und setzte sie auch noch ein löffel durch drei und die menschen frauen küsse auch mir fehlt so wie viel einig spiel bei den klüssen hier hinten steht gräber schnell weil ich habe schon das engel und die fliege noch nie ist gut nur ist uns wieder nachgejoint klein ich bin so ein stimmig da das war die mit schon wieder tot was machen wir denn jetzt meine rüstung ist relativ ich könnte mir rein theoretisch wasserläufe auf meine schuhe machen oder projekte protection der vorliegen das mache ich wie viel kostet das denn überhaupt wollen wir jetzt acht oder sechs nur damit ich verfolgen noch drauf bekommen und wollen wir ja warte ich repariert kurz meine rüstung ist mir jetzt egal ich probiere mal was es kostet vier vier und vier kopf alter ich versuche mir jetzt eine protection vier brustplatte zu machen okay viel spaß fünf brauche ich als neck okay lass auch das ganze iron mitnehmen damit wir uns für den fall der fälle auch alles ich habe auch die halben die erhältnissen und sind mit schaden daraus ausnehmen wenn du das verzaubern willst wenn ich verzaubern brauche ich nichts mehr weiß ich habe halt auch gar keinen platz im inventar und müsste den eigentlich auch meinst du hast du was hast du für trussplatte zu sagen protection 2 protection 2 an breaking und protection 1 und natürlich die die ich an habe protection 3 kann ich eine projekte einfach ich habe selber eine protection kann ich jetzt nicht zusammen habe ich überall protection 2 zumindest und auf hose und hellen protection 3 vorsicht ich habe gehört uns könnten abbruch sein doch schluck hat ja angegriffen ja aber dann sind sie nur flocken angegriffen sind auf jeden sind auf jeden auf jeden auf jeden so dass das legt sich nach jungen es legt sich nach abzeiten wieder aber sie waren auf jeden fall nur akku boah das wäre aber jetzt unangenehm geändert ne das hätte jetzt ganz schön unangenehm enden können ja das ist richtig kacke denn da ist komplett leer gefarmt ja aber wenn also das leben jetzt noch 14 leute hier ist es ist teilweise gibt es noch was aber echt nicht viel leben jetzt halt noch 14 leute wenn noch vier leute sterben den wird dann dieser geschlossen geschlossen nicht wieder das nicht tun ist ganz und gar nicht dumm er ist in der festung wir könnten reihe theoretisch nach nether quad nach nether wartzen suchen es wird sich nicht erwähnt kann das mal so ich habe jetzt ein post 2 ist noch fünf minuten aber immer noch eine zweite folge ja ja easy ein solches e 100 mission ich habe mich mal einfach mir wäre es aber lieber wenn mein upload vermindert wäre so halb so viel upload hat jemand lave hier ausgeschüttet oder warum ist es auf einmal so hell und mein download bisschen besser wenn ich weiß nicht einiges jungen jetzt schon level 5 diese kleine eigentlich auch eine abgebaut habe dann direkt da weißt du was mega cool wer wenn jemand es schaffen würde drei wieder köpfe zu sammeln und dann in einem kampf so den brüder zu beschwören mach ich alter das wäre krass was man machen ok lass den rest der zeit einfach nur im netter farmen für die köpfe und dann im kampf so den netters von den widers von so wie viel brauche ich zehn ich brauche zehn level da habe ich problem hier auf meiner brust da bin ich halb potte ich fühle mich für mich für mich geprankt ich habe einen fehler bei meiner bei meinen dia boots gemacht ich habe aus versehen meine protection 3 weggemacht weil ich nicht darauf geachtet habe dass es die verzauberung so geändert habe habe jetzt projectile protection 1 drauf anstatt protection 1 protection 3 das ist irgendwie ich muss mir noch mal schuhe verzaubern das ist irgendwie ganz schön ich weiß dass mein leben es brauche ich noch mal mehr level aber naja ich werde nie im leben wieder zurückfinden und die koordinaten zu öffnen nie im leben ich baue mich auch jetzt mit holzbrettern weiter weil ich habe nämlich zwei stacks unverarbeitetes holz dabei ja ich ja auch also hier ist eine workbench das ist der kranke schild junge das ist das netter quatschauer dort ist lecker wir könnten uns rein theoretisch nennen level 30 enchanter machen wir haben genug holz und genug bücher dann müssen wir erst mal auf level 30 leben und ich glaube das lohnt immer wenn man jetzt noch so viel über 30 und wenn wir uns langweilig und ein land muss ist ich habe nur wir haben kein eisen ob das ich nur ein speck eisen mitte du für gut ich werde wahrscheinlich gucken dass ich so schnellstmöglich einfach die port 4 brust macht ich hatte meine rüstung ist jetzt komplett heil ich habe ein pot 3 hellen prozess bett potter legen zum prozess schuhe ja gut wenn ich meine brust fertig habe habe ich pro 2 hellen pro 4 brust pro 2 diamond leggings und müllige schuhe warum habe ich auf sowas nicht geachtet wie dumm kann man sein kann ich spiel reset and greedy kannst du mal konsolisten das habe ich aber auch schon gemacht aber gott das ich hatte ein schadens ich hatte ein schadensschwert und ein bain of art wird schwert mit feiern ja das war genau der grund warum ich es verkackt habe ich übrigens ein gast und ich baue mich jetzt gleich ein bisschen in der luft entlang ja mal weil ich ein krass weiß 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 was ist wie schlimm gestorben ja richtig an lucky durch ein gas ja also schlimm selber ja glaube ich nicht der singen hinterher gestrungen die alten zu zählen nein er wurde von dem gast unter geschubst so meine aufnahmen sei es vorbei ja meine gut dann war es das jetzt mit brava quattro der neuen folge ich habe den überblick verloren folge 16 ich hoffe es ist beim nächsten mal auch wieder dabei denn da werden die vorreitung weiter vorangehen dass wir nächste folge kämpfen werden bzw in den nächsten paar folgen kämpfen werden bis dann und schau und natürlich nicht vergessen bei allen anderen vorbeizugucken